Wir zeigen euch hier noch kurz eine super Kraftübung für den Kehrstandsteiger. Nehmt dazu ein kleines Kästchen, ein Theraband und Gewichtshanteln. Setzt euch oder lehnt euch an das Kästchen, um ein Hohlkreuz zu vermeiden. Ihr zieht nun das Theraband zu euch her und bewegt es auf und ab. Also mit dem Zug des Therabandes die Gewichtshantel zusätzlich nach oben ziehen, beziehungsweise mit Auf- und Abbewegungen die Muskeln des Oberarms kräftigen. Das simuliert unsere Situation, die wir mit dem Fahrrad haben und trainiert exakt diese Anforderungen des Kehrstandsteigers. Das Fahrrad, das mit seiner Schwerkraft nach hinten unten fallen würde, wenn wir es nicht herziehen und hochhalten. Trainiert es trotzdem auf beide Seiten, damit ihr keine Disbalancen im Körper schafft. Macht es euch schwerer, indem ihr mehr Gewicht erhandelt oder ein stärkeres Theraband wählt. Schafft damit optimale Voraussetzungen zum Erlernen des Kehrstandsteigers. Gebt alles viel Spaß! Gebt alles viel Spaß! Gebt alles viel Spaß! Gebt alles viel Spaß!